Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu MyLink in Bedween Worlds Randomizer. Aktuell wieder in Kakariko unterwegs. Wir haben im letzten Part wieder fleißig MyMais gesammelt. Und jetzt haben wir ein drittes von den Masterärzen bekommen. Das würde ich mal gerne kurz bei dem Schmied abgeben. Ja. Mit der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendein schönes Item bekommen. Dafür. Wäre halt mal cool, wenn wir an sich ein Schwert bekommen würden. Damit wir uns mal ein bisschen wehren können. Ach ja und im letzten Part haben wir hier unsere Stäbe ein bisschen abgegradet. Das heißt wir sind jetzt ein bisschen effektiver was das angeht. Eis und Sandstab sind wir da sind mal rangegangen. So. Ich gehe mal hier rein. Und ich habe jetzt zwei von den Erzen. Siehst du das? Brauche ich noch eins? Er braucht noch eins mehr. Aber wir haben... Hä? Hä? Wir haben doch jetzt... Oder brauchen wir jetzt drei für die nächste Erweiterung? Brauchen wir drei? Brauchen wir hier... Ja, vier ist Maximum und da brauchen wir bestimmt noch eins mehr. Ach man, oh ich dachte wir haben es jetzt. Okay. Ja, dann halt nicht. Das ist ja blöd gelaufen. Na gut, dann würde ich sagen... Ich würde nochmal hier rüber in den Skelettwald gehen jetzt erstmal in der Schattenwelt. Da sind wir jetzt auch noch nicht so viel umhergehört. Ach, sieh schon wieder. Du musst mir nicht jedes Mal ein Kussi geben, wenn ich vorbeikomme. Naja. So. Ja, gehen wir mal eine Runde durch den Skelettwald. Auch wenn wir da halt noch nicht so krass Items haben für... Oh, ich brauche unbedingt die Bomben, Leute. Oder er hier. Ja. Achso, das haben wir schon bekommen, so sein Item, ne? Davon. Ich erinnere mich düster. Was war denn hier eigentlich? Das haben wir schon? Ach ja. Okay. Äh, wir gehen jetzt hier erstmal in den Schattenwelt. Und gucken mal. Die Musik, ey. So. Was haben wir denn hier so? Guck mal, hier erstmal. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Da ist ein Maimai. Ja, der muss nicht ziehen. Der hat sich festgesaugt. So. 50 wundervolle Rubine. Wahnsinn. Ne, 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 ne. Okay. Okay, hier ist erstmal weiter nix. Ich kann... Kann ich noch nach rechts gehen? Ja. Aua. Da ist noch ein Maimai. Das holen wir uns auch mal eben. Zack. Krass, ey. Wie selten die was Gutes dabei haben, ne? Aber gut, die sind halt auch mit allem gerandomized, ne? So, warte, hier. Komm mal da zurück. Okay. Wir gehen erstmal hier hoch. Ich hör schon wieder was. Glaub hier, oder? Jo. Ah. Ja, ne weitere Flasche. Die kann ich aber nicht ankreuzen. Aber nice to have. Wenn wir später mal ein Netz haben. So, was können wir hier machen? Okay. Hab auf jeden Fall schon wieder Maimai gehört. Und da ist... Dit Ding. Da ist es. Zack. Jo. Ein paar Rubine. Wundervoll. Wie viele haben wir hier noch? Drei. Okay. Wie komm ich da hin? Wie komm ich da hin? Ey, diese Gegner, ne? Das ist ja sowas von nervig. Ah, ich glaub ich muss das mit dem Huhn machen. Kann das sein? Ich glaub man muss das mit dem... Ja, da oben ist ein Huhn. Warte mal. Ich glaub da muss man so komisch mit dem Huhn hinfliegen. Oh. Zack. Ah ja. Fast wär's was geworden. So, warte gleich nochmal. Ich hoffe das spawnt immer wieder. Ja. Dududududu. Dududududu. Ja. Badam. Bam 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 bam. Nein, was? Aber hier war mal... Warte mal. Hier in der Hütte war man auch noch nicht drin, ne? Aber keine Sorge, das Herz der Humans auch noch gleich. Aber in der Hütte war man auch noch nicht drin. Ja, ist aber auch nix. Super. Wahnsinn. Aber die war vorher abgeschlossen, oder? Was passiert denn jetzt, wenn ich hier rausgehe? Komm ich nicht mehr rein. Nein. Nicht sein Ernst. Ich brauch ja auch nen Hammer übrigens. Na toll. Das war ja... Das war ja dumm. Sorry Leute. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Aber... Ähm... Naja. Okay. Dann... Gehen wir mal schnell wieder in die Schattenwelt. Hey. Man freut sich doch. Nächstes Ziel ist erstmal Herz Teil. Und dann gehen wir mal in den Skelettwald rein. Und gucken mal, was wir da schön ausrichten können. Boah. ist schon echt anspruchsvoll ohne Schwert, muss ich sagen. So. Ja, war doch easy. Zack. Okay. Haben wir aber schon 29 jetzt wieder. Heißt, bald können wir das nächste Update machen, aber ich würde jetzt aktuell, glaube ich, noch nichts kaufen. So. Ich friere euch mal kurz ein. Ach man. So, da haben wir eine Höhle. Hier ist ein Mai Mai drunter. Zack. Als Mai Mai versteckt. Hey. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Okay. Who are you? Ist das Deal of Deal? 888, alter. Nee. Äh. Alter, 888 Rubine, Leute. Dafür mache ich auf jeden Fall einen Safe State. Sorry, aber wenn der jetzt irgendeine Scheiße dabei hat, verballere ich mir ja 888 Rubine. Ist das jetzt eine Extra-Flasche? Nee. Hm. Ich weiß nicht. Das könnte ich jetzt halt dem Sumse-Mann geben, ne? Aber ist das 888 Rubine wert? Ich glaube nicht. Was meint ihr? Ich würde das jetzt erstmal als letzte Notlösung sehen. Dass wir uns da was kaufen. Ich würde das jetzt noch nicht so... Das ist das Bild. Hey, ist das immer da? Dieses Bild. Ist das lustig? Aha. Ah, wieder ein Mai-Mai. Aber wenigstens haben wir jetzt die... Ach, wir haben schon die 31, okay. So, da könnte ich wieder in die Lichte-Welt. Aua. Gar nicht berührt, aber aua. Ah. Bin gleich tot. Muss mich mal konzentrieren. Oh shit. Was ist hier? Da komm ich nicht rein. Da war aber auch ein Mai-Mai irgendwo. Warte mal. Wo ist denn hier das Mai-Mai? Wahrscheinlich da drüben irgendwo versteckt, ne? Und dann müssen wir hier jetzt noch einen Eingang haben. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch, ne? Ah, Mann, ey. Boah, was... Boah, der erste Game-Over, Leute. Continue. Ich hoffe, ich verliere meine Items nicht. Ja, Gott sei Dank. Hätte ja auch sein können, ne? Dass ich jetzt die ganzen Items verliere und neu kaufen muss. Die ich bei Ravio geborgt habe. Hätte ja sein können. Okay, ich, äh... Läute mal kurz die Glocke. Wir gehen noch mal kurz nach Kakariko. Und ich... Geh noch mal kurz in den Wald rein. Ob da noch irgendwas ist. Aber ich glaub, wir haben alles im Wald erst mal. Vorläufig. Oder? Guck mal, irgendwie anders weide ich noch weiter. I don't know. So, hier komm ich ja auch nicht rein. Ich brauch halt... Ich brauch halt... Jetzt brauch ich schon wieder bessere Krafthandschuhe, ne? Erstes Game Over, Mann. Das nervt. Ich weiß, ich lade doch überall dran, aber... Ich hab halt auch keinen Bock, die ganze Zeit mit dem Eisstab zu spammen. So, hier komm ich in die Schattenwelt. Haben wir hier beim letzten Mal irgendwas verpasst? Ich glaube, es gibt hier irgendwie so eine Art Höhle, Nische. Da kriegt man auch ein Herzteil, ne? Irgendwie sowas in der Art. Warte mal. Ich versuch das mal kurz ausfindig zu machen. Hier geht's direkt wieder raus. So, da wollte ich jetzt eigentlich nochmal reingehen. In der Schattenwelt. Da gibt's auch ein Herzteil. Äh, Schatzkiste. Mhm. Oh, tja. Ich hör was. Ja, da ist einer. Fünf Rubine. Wahnsinn. Mhm. So, hier brauch ich einen Enterhagen. Ansonsten ist hier erstmal nix. Okay, ich geh mal wieder in die Schattenwelt. Wie sieht's aktuell hier aus? Da ist das Herzteil. Da komm ich doch rein. So. War auch wieder 100 Rubine. Irgendwie, die Herzteile sind gerade alle Rubine, oder? Auch kein randomizedes Item so richtig. Menno. Hier fehlen trotzdem noch drei Stück. Aber gut, mir fehlen auch die Krafthandschuhe. Und der Enterhagen. So, ich geh jetzt hier nochmal in die Schattenwelt rein. Und... da, 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 da. So, hier war auch nix weiter. Äh, äh, äh. Man kommt doch hier auch schon in den Dungeon, ne? Irgendwie. Da muss man doch... Da muss man doch... Da muss man doch nicht, äh, Büsche zerschlagen und kommt dann unterirdisch irgendwie rein. Wie war denn das? So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Weil hier waren wir noch nicht drin in der Schattenwelt. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Aha. Guck mal, hier ist der Eingang auf jeden Fall. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Boah, aber schwierig, ne? Schwierig aktuell. So richtig... Wissen wir nicht, wohin mit uns. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Von dem Stein, richtig? Ja. Hier gibt's auf jeden Fall noch einen Mimer erstmal. So. Sag mal, ich hab dich getroffen, Junge. Pumpe. Shit. Ba, 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 ba. Was ist die Pumpe? Und Schössikowski. Okay. So. Wo ist er? Shit, der ist unter dem Stein, hä? Bestimmt. Bestimmt unter dem Stein, ja. Schade. Mano. Hm, wir könnten jetzt hier in den Dungeon reingehen. Aber was können wir da machen? Wie weit kommen wir? Und das ist auch noch einer in der Schattenwelt. Was ist gerade so meine... Eine meiner einzigen Lösungen mit? Schoolwood. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Hand. Hilfe. Hi. Ach du Scheiße. Muss ich auch noch die Lampe ausrüsten. Warte mal, ich geh erstmal rechts rum. Auch dunkel. Alles dunkel. Mann. Ich hab kein Schwert. Ich mein, das ist ja authentisch und so, aber... Alter. Da gibt's eine Schatzkiste. Ja. Ah, Schüsse. Brauch keine Schlüssel. Ich brauche keine Schlüssel. Ich brauche... Items. Keine Ahnung, ob sich das lohnt, jetzt hier weiterzugehen. Alter, die Musik. Junge. Hm. Äh. Ja, genau. Ne, vergiss es. Oder? Ohne Schwert? Wie eklig ist das bitte? Okay, hier geht's wieder raus. Vielleicht komme ich an einem schönen Ort raus. Oh Gott. Ich glaube, das ist noch nichts für uns. Hm, hm. Jetzt komme ich hier durch irgendein Loch wieder rein. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Leute. Gibt's eine Schatzkiste? Ja, komm. Die Schatzkiste nehmen wir noch mit, auf jeden Fall. Ja, genau. Hm. Jetzt kommt sie gleich wieder in die Hand, oder? Ja. Aber die Schatzkiste habe ich. Ha! Noch ein... Noch ein Schlüssel. Okay. Ich habe schon mal Schlüssel eingesackt. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt bin ich wieder in dem Labyrinth. Alter. Hilfe. Hilfe. Rein da. Und raus da. Oh Mann. Wie unangenehm. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. So, das ist ein Loch. Aber. Das ist geheim. Aber. Ne. Ich glaube, wir nehmen das. Dieses Loch. Muss das Richtige sein? So, das ist gut. Jetzt sind wir hier oben irgendwo. Ansonsten. Au, ansonsten werden wir bei der Schatzkiste rausgekommen. Nein. Mann, ey. Ist mir egal. Ich lasse mich jetzt einfach... Ah, ich bin falsch gelaufen. Shit. Ich lasse mich einfach treffen, Leute. Ist mir jetzt egal. Die Schatzkiste nehme ich noch mit. Mann, ich will doch irgendein random Item haben. Komm schon. Gib mir mal ein bisschen Glück. Kein Herzteil. Oder Herzchen, besser gesagt. So, hier muss ich rein. Dann kriege ich die Schatzkiste. Richtig? Sag bitte ja. Da wäre ich gerne als erstes reingegangen. Wahnsinn. 100 Rubine. So, jetzt war es das gleich wieder für mich. Aber was soll ich hier auch machen? Ganz ehrlich. Was soll ich hier machen? So, wir hätten jetzt da hinten noch reingekonnt. Boah, ich weiß halt nicht, wie weit wir from your house, from Dungeon... Komm, wir lassen das erstmal. Ist auch eher so eine Notlösung eher für mich, würde ich sagen, oder? Später. So. Wir haben halt aktuell noch nicht so richtig krasse Ausrüstung. Das ist eher mein Problem. Okay, ich gehe jetzt erstmal wieder in die Wüste. Und hoffe, dass wir mit unserem Upgraded Sandstab möglicherweise das Rätsel lösen können. Das ist gerade so meine Hoffnung. So, hier erstmal... Schattenwelt. Und es fehlen halt Items. Uns fehlen einfach ein paar Kern-Items. Bogen. Oder so. Achso, fliegen hätte ich ja in die Schattenwelt gekonnt, ne? Egal. Ich gucke erstmal hier, ob ich hier weiterkomme mit dem Upgraded Sandstab. Ich will jetzt erstmal schauen, was kann der denn jetzt? Der hält jetzt länger und ist mehr Powervoll. Aber ich kann immer noch nicht... Ne, mir fehlen Bomben hier. Also hier fehlen mir immer noch Bomben. Hier komme ich nicht weiter. Da brauche ich Bomben. Leute. Okay. Raus hier. Dann gehen wir nochmal zurück. Aber vielleicht können wir das Rätsel lösen. Was wir hier drüben haben. Ähm. Sprich, hier in der Höhle war das. So. Herzchen haben wir halt aktuell auch überhaupt nicht so viel, ne? Wie, jetzt sind die ganzen Schalter wieder aus? Och, Leute. Macht keinen Stress mit mir hier. Okay. Das geht ja zum Glück relativ schnell. Wir wissen ja Bescheid, wie es geht. Ach so. Ne. Hä? Der eine ist angeblieben und der andere nicht? Was ist das denn? So, mein Guess ist jetzt... Ich habe keine Ahnung, was mein Guess ist. Ich muss hier auf jeden Fall Sand haben. Frage ist, wie mache ich das? Ich muss das ja... Ich muss hier irgendwie Sand hinbekommen. Menno. Mache ich das? Also, Leute. Ne? Ich kann ja hier so den machen. Ich glaube, so ist auch die richtige Lösung. Dann ist, glaube ich, die Lösung, ich soll so machen. Genau. Ah, da hätte ich auch nicht das Upgrade gebraucht. Dann mache ich so, ne? Dann komme ich hier hin. So. Genau. Das ist dann die Lösung. Und dann soll ich wahrscheinlich hier so machen. Ah. Ich glaube, ich wäre auch so schon weitergekommen, ne? Ihr habt... Ah, ihr habt mir das bestimmt schon geschrieben in den letzten Parts. Oder? Geht das? Keine Ahnung, ob da jetzt was passiert. Da kostet nix. Ich kann das nicht durch die Wand machen. Hä? Jetzt bin ich raus. Also, fassen wir mal zusammen. Ich muss hier hin. Okay, das ist möglich, ja. Ich sehe es gerade. Okay, Leute, pass auf. Ich mache so. Wechsle hier ganz schnell auf das. Slide da rüber. Slide hier hoch. Gehe hier ran und mache so. Das wäre auch nicht ohne das Upgrade möglich gewesen, weil sonst habe ich gar nicht so viel Zeit. Und es ist leider nur ein Herzteil. Ach, Mano, ärgert mich das. Das ist ärgerlich, ja. So, Leute, was machen wir denn jetzt in der Schattenwelt? Wo rennen wir denn jetzt als nächstes rum? Oder allgemein, wo rennen wir denn als nächstes rum? Ganz schwierige Themen aktuell. Wollen wir nochmal? Schwierig. Hä, aber wir haben auch erst ein Master-Ohr. Aber wir haben wahrscheinlich vorhin das letzte Mal zwei verbraucht, ne? Fürs Upgrade. Das ergibt auch Sinn. Okay. Ähm. Ich potte mich mal kurz hier hin. Alter, wir haben schon wieder Fettüberlänge. Ja, so richtig kommen wir gerade nicht zur Potte, ne? Was waren hier drinnen eigentlich? So richtig kommen wir nicht zur Potte. Ach, hä, wir waren doch gar nicht in Dingshaus. Ähm. Muss ich durch den Kamin? Es ist halt auch schon wieder ewig her, ne? Ich hab schon wieder keinen Plan mehr, wie ich wohne und wann reinkomme. Ähm. Von hinten, von oben? Ja, guck mal. Hier muss ich was wegsprengen. Komm ich aber jetzt auch nicht rein. Ach, Mann. Ich brauch Bomben, Leute. Ich brauch Bomben. Bomben würden mir jetzt hier sehr viel ermöglichen, glaub ich. Okay. Ich geh jetzt mal wieder in die Lichtwelt rein. Und im nächsten Part... Ich wollte eigentlich mal einen normalen Part machen. Also eine normale Partlänge, aber hat nicht geklappt. Im nächsten Part gucken wir mal, wie es ausschaut. Vielleicht müssen wir auch nochmal mit der großen Bombe einfach agieren. Und... Ja, in den Wassertempel und so rein. Ich weiß nicht. So, wir haben ja hier die große Bombe. Damit müssten wir... Ah, ne, ist auch in der Schattenwelt. Ah, ist auch in der Schattenwelt. Ja, da haben wir nämlich noch zwei Punkte, die wir wegsprengen könnten. Ja. Aber hier aktuell nicht. Okay. Eieieiei. Das wird noch kompliziert werden hier, Leute. Das wird noch kompliziert werden. Wir müssen halt echt gucken, wo können wir noch hin? Was können wir noch machen? Wie geht's weiter? Okay, aber ich würde sagen, das war's erstmal von mir. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Zelda-Junge. Ja, ein paar Möglichkeiten haben wir noch, aber es geht auf jeden Fall tiefer rein in die Schattenwelt, als ich gedacht hätte. Also wir müssen vielleicht wirklich in so krasse Dungeon jetzt schon rein, um uns da irgendwelche Items zu holen. I don't know. Also, okay, bis zum nächsten Mal. Euer Zelda-Junge. Tschüss.